Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mad Max mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich werde jetzt mal zu dem Outcry da rüber gehen und ihm die Lichterkette geben. Seine Weihnachtsbaumbeleuchtung. Ja, ich leb noch. Ja, hab ich. Old Men. Ich brauche einen Partner. Jum darf ich ja nicht mitnehmen, der ist ja verstoßen. Hauptmission abgeschlossen. Der Tanz mit dem Tod. Hab dem Outcry gegeben, was er wollte und er lässt mich beim Gastown-Rennen starten. Allerdings brauche ich noch einen Kämpfer. Da kriegt es so ein Ding angegangen. Bei wem? Pinkiei hat eine neue Mission für mich. Achso, die kriege ich ja hier zu sehen. Ja, ich bin... Dinky? Hauptmission. Der Tanz mit dem Tod. Kehre zum... Das ist hier doch hier ein Symbol. Wo ist denn das? Da hinten. Was ist das? Schuld der Nebelbirne. Aha. Die müssen wir da jetzt wohin? Das machen wir mit dem Ballon. Ah, nee, nicht so. So machen wir das. Ach, du Scheiße. Das jetzt auch noch. Max kann sich ja hier irgendwo Schutz suchen. Du kletter doch! Wir wurden erwählt. Ist der Sturm schon wieder vorbei? Ja. Gut. Ja, wenn das denn so ist, dann ist das so, ne? Ist ja schlimmer, wenn man das unterwegs passiert. Das hatte ich ja auch schon ein paar Mal. Jetzt brauche ich aber hierfür eine Markierung. Perfekt eingepackt hier. Und fahren wir mal durch die Karosse. Eingestellt ist auch alles richtig. Hier brauche ich jetzt nicht mehr auf Sniper achten. Glaube ich. Hier sind auch die Sandreifen noch gut. Aber hier ist ein bisschen Autobahn. Aber da fahren wir eh nur rüber. Ne, fahren wir nicht. Wir drehen vorhanden Kreise. Da hinten muss ich hin. Jetzt hier hoch. Ich fülle es mal ab hier so ein bisschen. So. Wir brauchen den V8. Ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Ich weiß es mir nicht. Ich weiß es mir nicht. Die müssten aber gleich da sein, ne? Wie war das ja auch irgendwo mit dem brennenden Felsen? Da, genau. Ach, wir müssen da... Wir müssen Renn fahren. Oh. Ich will nur gucken, ob hier ein bisschen Schrott liegt. Ach, hier war ich schon. Ich lauf mal zu ihm hin. Hallo, Freund. Au. Ich hab'n Auto. Aha. Tenderloin? Tenderloin? Sie used to ramble large. Now she sucks the mask day and night. But Crow thinks, I shot at the bigs could make a bad girl right. Where is she? Out back, up in that gas. But tread careful. She still loves her a good murder. Mhm. Schuld der Nebelbirne. Und jetzt? Ich muss hier rein, ne? Was machst du denn? Ist das kalt? Ja, nachts kalt und am Tag heiß. Sag mal, ist das... Hier war ich doch. Klar, hier, der Typ... Der Typ hämmert sich ein. Das hab' ich doch erzählt. Und da liegt sie. Mit ihr konnte ich nicht reden. Ich brauche einen Krieger. Was mein Mannsucker sagt mir? Du willst mich kämpfen? Nein, ich brauche einen Krieger. Ich brauche jemanden für die Gaststown Races. Oh, Races. Die Teile der Blut auf deinen Lippen. Deine eigenen, jemand anderes. Es geht nicht. Zozo. Zozo. so so das töten und das schnüffeln tenderloin ist eine professionellere kämpferin und veteranin der gastronrennen sowie an der blutige schuldigung sportarten wenn sie gerade nicht kämpft schnüffelt sie inhalationsmittel wie lachgas benzin oder dunst ihr ziel ist es entweder nichts mitzukriegen oder in der arena zu kämpfen diese zwei extreme sind das einzige was das leben für sie lebenswert macht na toll hier geht es ja gar nicht raus den gehen wir mal zu ich bin doch hier nicht bei madmex äh bei madmex ich habe genug schrott max du hast die taschen voll schrott und stell dich nicht so an die sollen parts holen keine markierung jawohl hä was will er jetzt ach da pinky die hat auch noch eine mission sehe ich jetzt grad aber das ist ja nicht unsere hauptmission wo sollen wir die denn jetzt herkriegen ich fahr mal ein stück benutze werkstatt um speed um den speed demon zu verbessern ach so ist das gemeint das war klar all die schönen sachen weg aber dann krieg ich doch krieg ich doch runter der hat 25 prozent geht das trotzdem ich mach das nicht die aufhängung was macht die aufhängung wenn ich die jetzt das fahrverhalten wird schlechter warum soll ich das machen ich habe das doch alles freigeschalten verstehe ich jetzt nicht ich nehme auch den besseren auspuff und ich nehme auch das beschleunigung ist doch gut die kommen weg dann gibt es kein schleifen die kommen weg dann gibt es kein stacheln was haben wir denn hier können wir auch machen und was haben wir hier die karosse die karosse soll ich nehmen gut nochmal gucken da haben wir wenn ich das jetzt nehme dann wird das doch alles schlechter guckt das ist doch quatsch ob das spiel das akzeptiert was ich hier mache jetzt ist er da oben verschlacht speeddämon ich kann ihn nehmen kacke ich habe nicht gespeichert fällt mir gerade ein aber das sollte ja jetzt hier ja mit ja mit kräften die ich kenne die strecke nicht Ich weiß nur, dass wir Fässer kriegen müssen Oh, scheiße Das war jetzt Oh, was macht die Kamera hier? Oh, und das Auto ist schon total im Arsch Waffen haben wir aber mit Oh, meine Niederträchtigkeit Oh, das Ist nicht nachvollziehbar jetzt hier gewesen Oh, scheiße Das schaffe ich nicht mehr jetzt Schnell, Scham Schnell, 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 schnell Die Zeit läuft gegen uns, das reicht Ich habe auch den falschen Knopf gedrückt Ich gebe zu Vielleicht schaffe ich es ja doch noch Oh, ich habe kein Fässer erwischt Oh, nee, das schaffe ich nicht mehr Da fahre ich genau durch die Lücke Jetzt weiß ich nicht, da geht die Strecke lang, ne? Ja, das werden wir nochmal machen müssen Ich hätte die mal gleich ausschalten sollen Jetzt hakelt das hier auch noch Da kam ich nicht um die Kurve Tut mir leid Das fährt ja gar nicht mehr, das Auto jetzt Kommt auch gar nicht um die Kurve rum Nix, gar nix passiert hier Nee, kann ich nicht mehr schaffen Ich hätte mal gleich welche abschießen sollen Wir müssen ja auch noch Wir müssen ja auch als Erster reinkommen Sonst haben wir verloren Aber jetzt Kenne ich ja ein bisschen die Strecke Ah 14 Sekunden Oh, die ist lang Lang ist die Strecke Aber bisher eigentlich Wenn das Gekringel da nicht wäre Ach, wir müssen zu Oh Man sieht das auch denn ganz schlecht Verschlacht verloren Ja, das machen wir gleich nochmal Äh Erneut versuchen Hä, ich soll Y halten und einsteigen? Zieh mal raus Ah, ich hab mich wieder verdrückt Ah, jedes Mal Oh, nein, 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 nein Was mach ich? Das kommt davon, wenn man niederträchtig ist Oh, nein, 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 nein Ach, das gibt's doch nicht, da war ein Fass. Ach, jetzt geht er hier auch noch ab. Ich bin doch durch ein Fass gefahren, das hab ich doch gesehen. Ich lenke, ich lenke die ganze Zeit wie verrückt. Ah, ist schon wieder vergeigt hier. Warn. Unsichtbares Fass hier. Oh, das ist gemein. Na gut, noch ein Versuch. Ich schnippel das jetzt aber nicht zusammen, dann kann ich noch ein bisschen... Ah, Kamera! Da hat doch noch keiner ein Fass erwischt. Dann sind die doch alle disqualifiziert. Nö? Ah, jetzt... Das lag jetzt am Gehakel hier, da kann ich nichts für. Warum die Grafik jetzt hier ab und zu mal noch hakeln muss, das weiß ich auch nicht. Hier hat auch keiner ein Fass erwischt. Na, hier sind wir schon mal durch. Eine Minute haben wir noch. Hier hat auch keiner ein Fass erwischt. Hä? Ist die Streckenführung jetzt anders? Nee, da ist hier dringend. Nee, da ist hier dringend. Hier durch. Das hat wieder gehakelt. Das hat wieder gehakelt. Das ist natürlich Mist. Wenn man dann so eine Engine-Fehler hat, die dann verursachen, dass man... Ja, abkackt. Aber ich kann das sowieso nicht mehr schaffen, weil die anderen beiden sind durch. Wir müssen hier erster sein. Ja, und hier ist auch der Zielstrich dann. Alles klar. Okay. Ich versuch's dann in der nächsten Folge nochmal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.